unserer kaffeekapsel aus faserguss im supermarkt sind sie allgegenwärtig kaffeekapseln aus plastik aluminium und seit neuestem auch scheinbar grüne lösungen aus papier und plastik unsere aufgabe war klar definiert eine umweltfreundliche alternative zu plastik aluminium und auch verbundsmaterialien herzustellen die lösung unserem faser guss sowie unsere eigens entwickelte plastikfreie barriere beschichtung die basis für unsere kaffeekapsel ist faser guss für die herstellung der kaffeekapsel setzen wir ein spezielles thermoforming verfahren ein dieses verfahren ermöglicht es die fasern besonders dicht zu komprimieren wodurch sehr dünne wandstärken entstehen und gleichzeitig eine hohe stabilität gewährleistet wird zusätzlich entstehen durch das thermoforming besonders glatte oberflächen wodurch die qualitätsansprüche der industrie als auch der endkonsumenten erfüllt werden gleichzeitig begünstigt es aber auch die effektivität unserer pflanzen basierten beschichtung dem highlight unserer kaffeekapsel diese plastikfreie beschichtung basiert auf pflanzlichen wachsen in zukunft wollen wir jedoch auf bäume als rohstock fälle verzichten und stattdessen industriehand für unseren bedarf an faser nutzen wir sind überzeugt dass unsere kaffeekapsel eine wirklich nachhaltige alternative darstellt die den kaffeemarkt revolutionieren kann auch für die ganze kaffeekapsel